Jau, seltsate, herzlich willkommen zurück zu NoHandGaming und heute gibt es bei uns auch endlich das erwartete, zumindest von mir heiß erwartete Update des FIFA World Cups und dazu natürlich das Ultimate Team Update und ja, es gibt das Ganze ja etwas verzögert heute, denn ich bin jetzt erstmal aus meinem langen Wochenende zurückgekehrt, aber daran soll das Ganze jetzt nicht scheitern. Ich möchte das Ganze trotzdem hier auf dem Channel starten und daraus eine Serie machen, deshalb möchte ich jetzt erstmal das Ganze quasi Let's Beginn, wie ihr schon im Titel gelesen habt, nennen, erstmal so quasi wie bei mir alles anfängt und jetzt müssen wir natürlich erstmal auswählen, welches Team wir supporten und da nehmen wir natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Nun unterstützen wir natürlich diese Mannschaft, ist ja ganz klar, weil ich bin ja auch Deutscher und ja, jetzt kriegen wir gleich mal unser Anfangsteam, es soll ja immer anders sein, was so da am Start ist, bin ich mal gespannt, ob wir was Gutes oder was Schlechtes haben. Oh, haben wir schon mal hier, das ist schon mal gar nicht so schlecht, wie wir hier haben, sondern Santi Carzola, ich finde das zentrale Mittelfeld ist, wo das für den Anfang schon mal ziemlich gut wird, würde ich sagen und hier Abate auch gleich mal am Start, also finde ich auch schon mal ziemlich nice, schon mal 80 plus Spieler und Jordi Albaramos hier auch schon mal am Start im Toren, 58er ist jetzt nicht gerade das wahre, was haben wir, Messi, nein. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Messi im Starterteam, meine Freunde, wir haben Messi im Starterteam, wie geil ist das denn? Also das hätte ich mir jetzt echt nicht zu träumen gewünscht, ne? Oh, okay, dann haben wir hier noch ein paar No-Name-Spieler, Bamba, Silva, Jose Reiner noch fürs Tor, auch geil. Montero, Emenike, ja, Ucce, Andarfield und Klo ist natürlich für den Sturm auch schon mal wichtig, kann man gleich mal reintun. Messi, Jungs, wir haben Messi direkt am Anfang, was ist da denn los? Was ist da denn los? Das ist ja der absolute Oberknaller. Können wir gleich mal ein bisschen hier sortieren, mal die Spieler gleich mal einordnen. Also das kam jetzt, da habe ich jetzt mal gar nicht mit gerechnet, muss ich ernsthaft sagen. Messi, wir haben Lionel Messi. Ich fass das gerade nicht, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so ultra besonders ist in dem Modus, aber ich finde es schon krass, dass wir den jetzt, ja, quasi direkt am Anfang haben. Muss ich jetzt mal gucken, wie wir das ganze Team hier aufbauen. Ähm, also, das ist hier anscheinend ja geordnet, immer nach diesen, wie heißt das, ja, wie nennt sich das? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, ja, nach den Ländern eben gesichert oder Kontinenten, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Europa, Südamerika quasi und and so on, and so on. Also müssen wir mal gucken hier, wie wir das ganze regeln, in welcher Formation wir spielen. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal noch ein paar Packs, denn, Achso, ich kann gleich mal auf weiter drücken, okay. Wir haben hier noch 27.000 und wir wollen natürlich das Team gleich mal aufpeppen. Und dann können wir mal gleich ein paar 5 K-Sets öffnen. Definitiv, definitiv, definitiv ja. Und können wir gleich mal ein Pack hier öffnen. Ja, weiß ich genau, wie das funktioniert. Leute, da ziehen wir echt Messi im ersten Pack. Also das nenne ich echt mal Packlack, was wir hier am Start jetzt hatten. Dann können wir gleich mal überstricken Wilkshire Lens hier ziehen. Ziemlich schnell und 4 Sterne Weakfoot und 4 Sterne Skills. Und noch hier ein paar No-Name-Spieler und natürlich das Gratisset ist auch noch hier am Start. Also erstmal natürlich, alle in den Vereinen lohnt sich ja nicht, hier irgendwas abzulegen, denn das bringt uns einfach mal gar nichts. Und hier, das können wir auch gleich mal einlösen, das Gratisset. Und ja, gehen wir gleich mal weiter, öffnen wir gleich noch ein Pack. Ich bin immer noch hin und weg, dass wir Messi im Starter-Team haben. Ich sag noch, ja, da kann was Gutes und Schlechtes dabei sein. Und dann ist im Starter-Set Messi dabei. Also auch auf jeden Fall richtig geil. Freut mich auf jeden Fall richtig. Und hier haben wir natürlich gleich nochmal, oh, Valencia. Auch ziemlich geil. Und Muslera. Muslera führt das Tor aus der Argentinische Nacional. Auch ziemlich geil. Und der Yogi. Ja, jetzt erkennen wir noch das ein oder andere. Das ist schön. Das ist super schön. Also, ja. Und hier ein paar Chemischziele und natürlich das Gratisset nehmen wir immer mit. Und gleich alles mal wieder in den Verein. Können wir noch zwei Packs öffnen, beziehungsweise drei Packs sogar? Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen hier für die erste Folge. Also, ich finde es einfach nur geil. Also, ich habe mich mega jetzt gefreut auf dieses Update. Update. Ich muss jetzt noch etwas länger warten, weil ich auch das ganze Wochenende nicht da war. Und was haben wir hier am Start? Azu. Auch ziemlich schnell. Aus Ghana, wenn ich das richtig erkenne. Ja, Ghana. Und was haben wir noch? Ein Goldset natürlich. Und noch einen, der sofort doppelt ist. Das Goldset nehmen wir natürlich mal wieder mit. Warum auch nicht? Und die anderen natürlich in den Verein ablegen. Den einen doppelt, den können wir ablegen. Kriegen wir auch nur in Münzen viel. Also, wie gesagt, es lohnt sich gar nicht, hier irgendwas abzulegen. Einfach einmal alles in den Verein klatschen. Und wenn ihr von dieser Serie auch was sehen wollt. Also, wenn ihr dieses Update, wenn ihr da Serien sehen wollt. So quasi WM Cup gewinnen oder was auch immer. Dann schreibt es uns in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das sehen wollt. Denn ich will das auf jeden Fall. Wen haben wir hier noch? Mosquera, Nelson Oliveira, Karamuro, Yang Siokong und Pivaric. Noch nichts so mega besonderes in den Free Packs dabei gehabt. Natürlich nochmal das Gratis-Goldset. Was sage ich Free Packs? Es waren natürlich 5 Karsets, aber für 5... Ich habe gerade alle verkauft aus Versehen. Ich habe die gerade alle aus Versehen verkauft. Ziemlich dumm von mir. Öffnen wir mal das letzte Pack. Ach Gott, das war jetzt ziemlich blöd. Mal sehen, was jetzt noch im letzten Pack drin ist. Können wir gleich mal überspringen. Lennon, Lennon, der schnelle Außenspieler. Und noch hier ein paar aus den anderen verschiedenen Ländern. Und natürlich das Goldset noch am Start. Können wir natürlich noch einlösen. Diesmal machen wir alle in den Verein rein. Und ja, ich werde jetzt erstmal mein Team sortieren. Wenn ihr eine Folge daraus sehen wollt. Oder eine Serie von diesem ganzen Ultimate Team. Also Updates-Zeug. Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal mit Messi amüsieren. Und haut rein! Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare.